Diese Sendung widmet Ihnen Energie Burgenland. Forscher der University of Nottingham haben ein neues Heizmaterial entwickelt. Bananenbriketts. Sie werden aus Bananenabfällen hergestellt und liefern Energie zum Kochen. Zunächst werden die Bananenschalen, verdorbene Früchte und Blätter zu einer Paste verrührt. Anschließend wird die Masse in Briketform gepresst und getrocknet. Für viele afrikanische Länder ist die Verwendung von Bananenabfällen zur Herstellung von Heizmaterial eine nachhaltige Lösung. Denn der Kauf fossiler Brennstoffe ist oft zu teuer. Diese Sendung widmete Ihnen Energie Burgenland.